Für Bayern ist der Klimaschutz ganz wichtig. Wir wollen ihn aber nicht auf Konfrontationsweg, sondern in Kooperation schaffen. Und wir wollen ihn mit den Menschen, nicht gegen die Menschen schaffen. Und wir glauben auch nicht daran, dass es jetzt die letzte Generation ist, sondern wir haben noch viele vor uns und für die wollen wir das Ganze erhalten. Und deswegen machen wir nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien wie kein Bundesland, sondern wir schützen die Wälder, wir schützen unser Wasser und wir renaturieren die Moore. Hier ist ein Musterbeispiel dafür und das werden wir in ganz Bayern bis 2040 machen, um Bayern klimaneutral zu gestalten und trotzdem lebenswert.